Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Freunde! Ich wär dann soweit. Ich gewinn schon wieder. Hans-Peter, willst du ein Pferd? Was? Ob du ein Pferd willst? Ja! Wenn du weißt, was du willst, Hans-Peter, dann mach es einfach. Kümmer dich nicht darum, was die Leute sagen. Jetzt schauen Sie die Stadt mal an. Hier kommt sie, die schwebende Jungfrau aus Wuppertal. Du musst dich behandeln lassen. Ist aber auch still hier dran, warte. Wird man ja sowas von trübsinnig. Sieh mir das nicht länger an. Der Junge muss mal an die frische Luft. Es geht ihr nicht gut, Willi. Da kann er aber nichts dafür. Marget, was ist? Na? Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Da kommt eine Frau vom Jugendamt. Wenn sie merkt, dass ich kaum laufen kann... Du bleibst einfach immer sitzen. Wenn sie merkt, dass ich kaum was siehst... Das lügen wir auch an. Guten Tag, Herr Gerkeling. Guten Tag, kommen Sie rein. Was dir, wenn man weiß, ganz Besonderes wird. Hast du gesehen, wie viel Eierligör die gekippt hat? Wir schneiden die anderen Eierligörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Hu! Hu! Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Das Leben muss ja irgendwie sein. Das Leben muss ja irgendwie sein. Du bist nicht allein.